Mein Name ist Judith Rackers, ich habe seit acht Jahren ein Patenkind bei World Vision, Mariamu. Und ich kann nur sagen, es ist ein tolles Projekt. Hier wurde viel gemacht von World Vision. Die Kinder hier im Dorf wurden extrem unterstützt in den letzten Jahren und werden noch weiterhin unterstützt. Und es gibt so viele Kinder auf der Welt, die ihre Hilfe gebrauchen könnten. Ich kann die Organisation empfehlen. Vielleicht möchten sie ja auch Pate werden. Die Kinder hier ist sehr gut und erinnert. Ich bin sehr gut und erinnert. Ich bin sehr gut und ich habe das Gefühl und ich habe das Gefühl, das ist ein Tochter und ich habe das Gefühl, was ich gesehen haben,